Hallo zusammen, Salve Atutti. Wir haben heute den 12. Oktober, wir haben 18.37 und in diesem kleinen Clip geht es um den NDAX, denn da passiert gerade eben was. Und deswegen habe ich hier den Chart mal ein bisschen größer gemacht, aber ich mache ihn direkt näher dran. Wir überbieten das Hoch vom 3.9. bei 28.176. Da war der höchste Punkt. Wir haben heute mit 28.158 den höchsten Schlusskurs seit Februar. Deswegen hatte ich das hier so reingemacht. Der ist hier. Das hier war das Alltime High. 29.438. Und momentan schaufelt sich der NDAX frei und übergeht auch die gesamte Range, die wir jetzt schon länger haben, seit Anfang Juni, übergeht die mit Schlusskurs. Und das ist richtig gut. Der nächste Widerstand ist erst dann hier dieses Gap vom, wann war denn das jetzt? Das war Ende Februar bei 28.983. Da ist das Gap und das ist der einzige Punkt, den ich habe, der mir sinnvoll erscheint. Ich mache es mir ein bisschen größer. Es wurde gebeten, dass ich die Farben hier ändere für die Bänder. Ich kann da nicht viel ändern. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann hier drauf gehen und kann sagen, dass die Linien vielleicht, sagen wir mal, Navy sind. Müssen wir mal gucken, ob euch das hilft. Ich bin ja farbenblind. Ich sehe hier nur Schattierungen. Aber wenn das jetzt hier natürlich dunkler ist, sehe ich das auch. Vielleicht hilft euch das. Also ich wollte eigentlich möglichst wenig von diesen dunklen Farben hier drin haben, weil ich dann damit Schwierigkeiten kriege. Aber ich gebe mir mal ein Feedback, ob euch das passt. Aber hier sieht man es genau drüber. Und wir handeln gerade eben, wo sind wir denn jetzt bei 28.200, also noch ein bisschen höher als den Schlusskurs. Das ist aber auch dem geschuldet, dass die Nasdaq gerade eben mal wieder so richtig durchdreht. Die Nasdaq im Moment ist bei plus 3,13 Prozent, 12.089. Also die hatten nur 1, 2, 3 Kurse, die höher waren. Also drei Tage, die höher waren. Das ist schon erstaunlich. Willen wir auch sein. Ja, die Bänder gehen ein bisschen auf. Das ist hilfreich. Wenn wir uns jetzt für eine Woche bzw. für eine Richtung entschieden haben. Das ist hilfreich, keine Frage. Gleitende Durchschnitte, alles positiv. 10 ist über 20 Tage. Das sieht gut aus. 200-Tage-Linie ist weit weg, aber immer noch in einem völlig toleranten Rahmen. Gar kein Problem. Das MRCD als Trendfolger weiter positiv. Alle Histogramme gehen aufwärts. Und nur die Tatsache, dass der Oszillator überkauft, das darf Ihnen egal sein. Der ist jetzt schon bei 97. Das ist hoch. Aber auch das kann er weiterhin noch über die weiteren 1.000 oder 2.000 Punkte mitmachen. Über einen Zeitraum von 2, 3, 4, 5, 6 Wochen. Immer wieder drauf schauen, erst wenn er unter 80 geht, wird es interessant. Also ich finde, der sieht recht gut aus. Wir haben eine Unterstützung. Im Moment bei der 20-Tage-Linie 27.300. Die verbindet sich hier mit diesem Gap, was wir hier haben. Also von daher ist der gut unterstützt. Der M-Lax hat ja wirklich schöne Töchter und auch schöne Söhne. Und es sind ganz tolle Werte dann dabei, die dann steigen. Nicht nur so etwas wie Zalando, die natürlich durch das Homeoffice jetzt, also auch ihre Zahlen, deutlich verbessert haben. Es ist alles Mögliche, was steigt. Gefällt mir gut. Gefällt mir alles in allem sehr gut. Man muss manchmal den Signalen einfach mehr vertrauen. Ihr habt mir letztes Mal darüber gesprochen, das war vor zwei Wochen, dass das hier ein Umbrella-Doji ist. Raus aus dem Band, rein ins Band und dann wird er positiv. So, ich habe euch Scheine mitgebracht. Also ich bin ja jetzt einer, der, das ist der falsche, Moment mal, der hier. Ich sitze da vor. Deswegen, ich mache dann solche Scheine, die hier liegen. 27.530. Aber ich sitze da vor. Wer das nicht tut, muss ein bisschen weiter runter gehen. Und ich bin der Meinung, es reicht, wenn man unter dieses Tief hier geht. Moment, ich hole es mal näher ran. Oder dieses hier. Das ist die, sagen wir mal ganz grob, 27.000. Und ich habe diesen Schein hier gefunden. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman. Mit der Basis 26.968. Da sind wir also, ups, da wo jetzt die Maus ist. Millimeterbein. Da sind wir. 26.968. Da hat die Kennnummer Gustav Friedrich III Theodor Zeppelin V. G, F, 3, T, Z, 5. Das ist für Long. Und der bietet sich auch momentan an. Wir schließen darüber. Ideal wäre, wenn wir morgen direkt nochmal mit dem Gap weiter aufmachen. Der Gesamtmarkt, der MDAX, ist positiv. So, und jetzt schauen wir mal nach dem Put. Den muss ich eigentlich hier oben suchen. Hier hinter. Das wäre mir viel zu heiß, so ein Ding zu suchen. Und der kommt auch bei mir nur auf die Watchlist. Der MDAX hat ein positives Momentum. Da gehe ich nicht short. Da handele ich nicht gegen den Trend. Der macht hier gerade einen neuen Trend nach oben auf. Ich nenne ihn trotzdem ein für die Watchlist, dass Sie sich damit schon mal so ein bisschen anfreunden können. Und das ist dieser hier. Das ist ein 29.487er. Da liegt also rund 300 Punkte über dem All-Time-High. Ist das nicht? Stimmt nicht. 29.438 war das All-Time-High. 50 Punkte hinter dem All-Time-High. Das ist die GM2-EW-J. GM2-EW-J. 29.487. Auf die Watchlist? Okay. Kaufen zu früh. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao. Bis zum nächsten Mal.